Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und jetzt kann es auch schon losgehen. Auweia, mein komplettes Haus wurde demoliert, aber wir werden den Schuldigen finden. Wer auch immer das gewesen ist, wir werden uns an ihm rächen. Aber Leute, ich muss euch eine coole Veränderung hier in unserer Stadt zeigen, in unserem Server. Denn schaut mal nach oben, wir haben eine riesige, ReXXL große Elektroleitung bekommen. Und diese Elektroleitung verbindet uns alle hier mit dem Stromnetz, das heißt wir haben jetzt Elektrogeräte bei uns in der Stadt. Und heute werde ich versuchen, mich in diese Elektrogeräte einzuhacken und meine Freunde hier in der Stadt zu trollen. Das wird mega witzig, schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, wenn ihr das nicht verpassen wollt. So, und da vorne sind auch schon die Polizisten, die bewachen nämlich hier die Leitung des Leitungs-Dingsbums. Uiuiui, okay, Leute, das wird mega witzig. Aber, 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 damit herzlich willkommen zu diesem neuen Minecraft-Video. An alle neuen Zuschauer, abonniert gerne den Kanal und drückt auch rechts zudem auf die Glocke, um ein Teil der Eki-Army zu werden. Der besten Army auf ganz YouTube. Und gebt danach dem Video ein Like. Das würde mich richtig freuen. Und was mich auch freuen würde, wenn ihr dem Video darunter einen Kommentar schreiben könntet. Irgendwas Süßes. Und ich werde euch ein Herzchen geben. So, genug gequasselt. Wir gehen mal ganz kurz zu diesem Netzwerkkabel und fragen mal ein bisschen rum. Hallo, guten Tag, liebe Polizei. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Beschwinde hier. Das hier hat nichts mit dir zu tun. Genieß deine Computer und Elektronikgeräte. Aber hier hast du nichts zu suchen. Alles klar, hey, 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 mal locker bleiben, Leute. Ganz gechillt. Okay, die Polizei lässt uns wohl nicht in die Nähe von dem, äh, von dem Netzwerk. Okay, wir gehen mal kurz weg. Leute, wir müssen uns irgendetwas überlegen, wie wir unsere Freunde trollen können. Wir gucken mal ganz kurz, äh, hier in unseren Computer. Warte mal, wir haben hier einen Brief bekommen. Oh, wir haben neue Computer. Leute, wir haben neue Computer. Ihr habt die bestellt und die sind endlich da, weil ja meine kaputt gegangen sind. Die waren ja davor hier. So, dann wollen wir mal ganz kurz meine Computersachen hier platzieren. So, und schaut mal, was wir hier noch haben. Einen Laptop. Alter Falter, Leute. Wisst ihr, was das ist? Das kennt wahrscheinlich keiner von euch. Das nennt man eine Diskette. So, und jetzt muss ich mich versuchen, hier ranzuhecken. Wie geht das denn jetzt? So, Moment, äh, wir müssen mit diesem Computer uns da ranhacken. Aber wie? Wir müssen einfach warten, bis es Nacht wird. Das ist die Idee. Okay. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Es ist jetzt die Chance, sich da reinzuhacken. So, wir gehen mal gucken. Guckt mal, Leute. Wir haben hier eine riesige Leitung. Die ist durch die ganze Stadt verlegt worden. Und jetzt gehen wir da mal ganz ruhig hin. So. Gipsch, Ruhe. Ruhe, Ruhe. Hey, wach auf. Nein, ich mache jetzt ein Nickerchen. Na gut, dann wache ich hier halt alleine. Ich setze mich jetzt auch hin. Oh Gott. Die Polizei ist da noch. Okay, wir sneaken uns einfach hier vorne lang. Oh, sieht er mich? Sieht er mich? Der sieht mich nicht, oder? Nee, der redet mit seinem Kollegen. Okay, Vorsicht. Da liegt die Polizist. Auf dem Boden. Was macht der da? Er schläft. Oh Gott. Oh Gott. Hey, ist hier jemand? Nee, hier ist keiner. Oh Gott. Leise, leise, leise. Okay. Jetzt müssen wir den PC nehmen. Und uns da reinhacken. So. Und zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh, oh, oh. Was geht ab? Oh, ich hecke mich hier durch. Oh, wir laufen durch die Kabel. Oh mein Gott. Wo geht's hin? Da. In Ikkelin'es Haus. In Ikkelin'es Haus. Ich bin am Fernseher. Ich bin am Fernseher. Wartet mal. Sie hat den Fernseher angemacht. Du meine Güte. Okay. Jetzt kann ich hier, glaube ich, ein paar Sachen machen. Ah. Einfach Fernsehen. Mitten in der Nacht. Peach. Machst du mal das Licht aus? Ja. Ich mach's aus. Warte. Ich hab ne Idee. Ich mach das Licht einfach selber aus. Bzzz. Hey. Mach das Licht wieder an. Ich hab gesagt, du solltest nur dimmen und nicht so ausmachen. Ich hab das nicht ausgemacht. Warte ich mal wieder an. Ich war das nicht. Ikkeline. Das war jemand anders. Du warst das. Hey. Ich sitz hier vorne auf dem Sofa. Ich war das. Auf keinen Fall. Ikkeline. Willst du mich veräppeln? Ich war das nicht. Na klar warst du das. Veräppelt mich doch selber nicht. Okay, Leute. Es funktioniert. Wartet mal. Ich hab ne Idee. Ich mach jetzt aber nochmal das Licht aus. Bzzz. Ey. Ich gucke hier grad Fernsehen. So kann ich doch gar nichts sehen. Mach wieder an. Ikkeline, du warst das selber. Ich mach nicht an. Okay, ich mach an. So. Jetzt sag mir bitte, wie du hast das gemacht, Ikkeline. Wie hast du das ausgemacht? Hallo. Ich sitze hier auf dem Sofa. Wie soll ich das denn gewesen sein? Du bist am Lichtschalter. Hör auf, mich zu trollen. Nein. Hör auf, du mich zu trollen. Ich geh jetzt hier weg. Es reicht mir. Geh doch weg. So. Ich gucke jetzt Fernsehen. Okay, Leute. Jetzt hab ich ne Idee. Ich mach jetzt den Fernseher einfach aus. Hey, der Fernseher ist aus. Hey, mach ihn sofort wieder an. Oh Gott. Wer trollt mich denn hier? Hey, Mann. Oh. Oh. Ich bin wieder da. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Ich hab mich einfach in die Leitung gehackt. Und das war mega witzig. Wir haben Ikkeline getrollt. Und wir haben Peach getrollt. Jetzt wird's Zeit, den nächsten zu trollen. So, wo geht's hier noch lang? Da geht's in dieses Haus. Es geht auch noch hier ins Rathaus. Ich würd sagen, wir gehen jetzt in dieses Haus. Da lebt Mario zurzeit. Und wir werden das jetzt einfach in Marios Küche hacken. Das wird mega witzig. Wir werden einfach die komplette Küche in den Chaos versinken lassen. Das wird witzig. Leute, gebt auf jeden Fall dem Video ein Like, wenn ihr das sehen wollt. Das wird jetzt geil. Okay, leise, leise. Und zack. Okay, wir hacken uns rein. Wir hacken uns rein. Wir hacken uns rein. Oh. 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 Was geht ab, Leute? Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Und jetzt nach links. Und runter. Oh. Oh. Wir sind im Kühlschrank. Wir sind im Kühlschrank. Da vorne ist Mario. Ich bin hier am schnippen und kochen. Okay. Jetzt wird Mario heftig getrollt. Schnipp, schnapp, 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 schnapp. Huh? Der Toaster. Ich habe den Toaster doch gar nicht betätigt. Huch. Warum ist der Toast drin? Ich war das doch gar nicht. Wer war das? Die Mikrowelle. Wieso machen alle meine Elektronik-Sachen so Geräusche? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das Telefon klingelt. Okay. Hallo? Hallo? Wer spricht? Keiner da. Wieso klingelt denn alles? Der Toaster schon wieder. Hey. Es reicht. Ich habe keinen Toast gemacht. Es reicht. Oh Gott. Was passiert denn? Die Mikrowelle schon wieder? Oh mein Gott. Alles dreht durch. Alles macht Geräusche. Oh Gott. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich verstecke mich. Runter, runter in meinen geheimen Keller. Den niemand kennt. Nicht mal Ikki kennt den hier. So. Jetzt an den Computer gehen. So. Und. Hey. Mein Computer ist aus. Ich habe nichts gemacht. Warum ist mein Computer ausgegangen? Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Und einfach so der Computer geht aus. Hilfe. Wir sind wieder da. Oh Junge. Das war gerade so übertrieben lustig. Wir haben gerade Mario komplett hops genommen. Wie geil war das bitte. Leute. Gebt mal unbedingt dem Video dafür ein Like. So. Wenn wir jetzt trollen. Das wird der Bürgermeister sein. Da im Rathaus. Das wird geil. Leute. Wir hacken uns jetzt rein. So. Und jetzt Richtung Bürgermeister. Oh. Oh mein Gott. Wir gehen Richtung Rathaus. Oh. Oh mein Gott. Was. Geht. Hier. Ab. La la la. Ich mache hier nur meine Arbeit. Hä. Wieso funktioniert der Computer nicht mehr? Hm. Wieso ist da ein Minecraft Pony? Wer war das? Hey. Hey. Bei mir auch. Ich sehe da auch einen Minecraft Pony. Oh mein Gott. Wer hat unsere Computer gehackt? Wer war das? La la la. Ein bisschen arbeiten. La 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 la. Ich bin der Bürgermeister. Scha la 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 la. Hä. Was ist das denn jetzt? Wieso hat sich mein Computer aufgehangen? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Wer hat den Alarm angemacht? Die Elektronik spinnt. Hey. Stopp. Die Elektronik spinnt. Stopp. 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 Ich bin der Bürgermeister. Da steht hier. Ein Zertifikat. Ich. Und niemand anders. Und wieso funktioniert die Elektronik hier in der Stadt nicht? Hallo? Moment mal. Der Staubsauger. Hey. Was macht der Staubsauger? Ich benutze ihn doch gar nicht. Stopp. Ich bin der Staubsaugergeist. Und ich werde dich aufsaugen. Deine Seele. Ha 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 ha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ey. Geht die Tür hier nicht auf. Ey. Geht die Tür auf. Tür auf. Oh. Hilfe. Hilfe. Hey Bürgermeister. Was ist denn hier los? Kannst du dich mal beruhigen? Warum sind die Computer alle kaputt? Ich weiß es nicht. Ich habe selber nichts gemacht. Die Computer funktionieren alle nicht. Irgendwer spielt uns hier einen gemeinen Streich. Oder die Elektronik ist kaputt. Hey. Ich kann hier die Software nicht mehr bearbeiten. Und ich kann die Daten hier nicht mehr einsehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Du meine Güte. Wir werden gehackt. Wir werden gehackt. Alarmstufe Rot. Benachrichtigen Sie das CIA und das FBI. Es wird Zeit. Wir werden herausfinden, wer das gewesen ist. Ha ha ha. Oh. Du meine Güte. Okay. Die wollen jetzt herausfinden, wer das gewesen ist. Oh. Schnell mein Computer nehmen. Und abhauen. 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 Okay. Der Polizist sieht uns nicht, wenn wir hier langlaufen. Nee. Der guckt. Der guckt nicht. Der guckt woanders hin. Der schläft. Perfekt. Perfekt. Abhauen. 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 Oh mein Gott. Leute. Wir haben die Stadt komplett gecholt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr es witzig fandet, dass wir alle gecholt haben, dann abonniert den Kanal. Drückt rechts neben auf die Glocke, damit auch ihr ein Teil der Ikiami werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.